Am Donnerstag beraten wir vier Finanzvorlagen zu den Schwerpunkten der zukünftigen Stadtentwicklung. Mit der Zusammenstellung der Investitionen der technischen Betriebe und der Stadt Will zeigt uns der Stadtrat auf, welche Projekte er wann und zu welchen Kosten realisieren will. Anschliessend geht es um die Entwicklung der Finanzen in den nächsten fünf Jahren. Im Fokus wird sicher die Steuerhöhung von 2023 stehen.